Hallo? Machst du so'n Basteltisch? Basteltisch? Hm, ich hab zurzeit nix. Geh ich mal zum Basteltisch, vielleicht kann der Basteltisch mir was basteln. Das sind ja auch Idioten, ey. Müssen wir eh meine Waffen reparieren? Ja, wir haben gegen die Riesen machen wir so'ne Scheiße und wir haben doch diese scheiß Granaten, ey. Oh. Jaja, jeder macht mal Fehler. Sowaschwule. Hier ist die Krache. So. Ich bin fertig. Was, Abgräts verfügbar? Recht, klar. Entschuldigung. Ich hab halt durch hier mit meinem Baum. Oh. 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 Hinten hängst du rum. Oh. Halb. Und wozu ich die brauch? Oh, oh. Oh. Warte, geh weg von dem. Hast du so eine? Ach, hast du eine? Mach nicht bumm. Okay, die hat funktioniert. Alter. Oh, jetzt reicht es mir hier. Der hängt fest. Haha, der hängt fest. Oder doch nicht. Aber jetzt glaube ich keine mehr. Von den Dinger. Obwohl, ich hatte ja so mehr davon haben. Ja, stimmt. Ich habe ja die von dir genommen und ich habe mir auch selber welche gebaut, aber... Cool, genau. Ich habe noch zwei Stück. Oh! 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 Wenn niemand kann das hören, bitte hilf mich! Ich stelle von den Hotel Bungalows. Ich werde belagert! Ich versuche ja... Oh! 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 Oh, oh! Ich schreibe mir das langsam nicht auf, Alter, das ist ja ideal ist hier. Wir müssen doch, ich denke wir müssen einfach nur immer weiter und dann kommen wir automatisch zu dem. So lustig es klingt, um das nicht zu vergessen nehme ich jetzt hier mal Zettelstift und schreibe mir das. In Zeiten des Internets, man benutzt immer noch Zettel und Stift. Okay, ein Bungalow, Hotel. Okay, die Idee war nicht verkehrt. Also liebe Leute, falls ich jetzt hier einen Schnitt gemacht habe, das war einfach nur deswegen, weil ich gerade geschrieben habe. Das ist ja dann sinnlos, wenn ich bloß an der Decke starb. War aber nicht alles klar. Falls ich einen Schnitt gemacht habe. Also, ich weiß nicht ob ich es vergesse oder nicht. Wenn, dann waren es nur ein paar Sekunden. Ein Polizeiknübel habe ich. Boah, das ist gut, den kannst du mir nicht modifizieren. Das sind hier ja auch keine Rettungslummerhütten. Nein, 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 nein. Nein, ich wollte das gar nicht sagen. Da habe ich immer das Schwein und bei mir ist nie einer drin, ne? Was sind das? Böse Sichel. Da kann man das Schwein, da ist kein Schwein drin. Ich habe mir eine böse Sichel genommen. Eigenbaumesser Stufe 13. Boah, warte. Da sehe ich nur, ob mein Inventar voll ist. Ach, Inventar, 10 von 12, alles klar. Wo steht das? Wenn du in ein Inventar reingehst, steht oben Inventar. Bei mir steht zum Beispiel 11-12. Bei mir ist das. Also hier ist nichts, oder? Ich bin jetzt hier schon wieder. Golden Beach. Unnütz. 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 Ah, ich nehme auch wieder irgendwelche Scheißwaffen mit. Will ich gar nicht. Dann strecken wir mal zwei Mal. Naja. Hier müsste das gewesen sein, während wir das mal angefangen haben. Nicht ganz. Doch, hier das Gebäude. Need help. Hier saßen alle drin rum. Ja. Weiß ich, ob wir noch runter brauchen. Oh, da geht's ja noch weiter. Hier ging's runter, da hat der Typ auf die Fresse gekriegt. Ja, da geht's ja noch weiter dahin. Guck mal, da hinten ist im Bunker. Vielleicht ist es der Cup. Let's see what we got here. Guck guck. Ah, hier? Oh, schau doch. Alter, kann noch nicht sein. Gar nix, hm? Hier ist ein Bunker. Und hier sind Zombies drum rum. Alles klar, hier ist der Bunker. Äh. Ja, bitte. Achso, Worte, Granaten, ne? Ja, schmeiß mal. Hab ich schon. Schmeiß schnell. Der ist mir nicht schon ein fetter. Ich weiß. Aber wer ist denn das für die beiden? Äh, rechts. Hört mich beeilen. Bist du wo, Rainer? Der ist auch fett. Dann kriegt er dich auch gleich ran. Oh! Der brennt. Wohl, der fällt gleich um. Äh, nee. Der fällt nicht um. Komm schon, läuft weiter. Ich hab mir voll in den Kopf gerotzt. Äh, das war ich mit meinem Hammer, du Nase. Ich hab ihn aber auch in den Kopf gerotzt, in den Silbenboden. Moment. Das hat mich das gerade ein bisschen irritiert. Oh, Alter. Den Typ, den du jetzt zerfetzt hast. Alter. Oh. Geniert. Oh. 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 Help me. I didn't think anyone would ever find me. Here, I have extra ammo. You need it. Take it. It's the least I can do from what you did for me. Take the keys to that SUV in front of the bunker. I'm staying right here, so I'm not going to be needing it. Bunker. Nimmst du stehen. Ich will die Trophäe. Der Pistolenmunition nur. Der hat aber auch Geld. Bei mir nicht. Pistolenmunition stand da. Was ist hier noch? Ein Kuli? Willst du hier drehen oder? Nicht. Na klar, da kann man da drüben rein in den Bunker. Öffne das Dampfventil für die ganze Zeit hier. Ach so. Öffne das Dampfventil und schließe das Dampfventil. Öffne mal. Ach so. Ich weiß nicht was. Du hast es eben geschlossen. Äh, meine ich doch schließe mal. Ja. Baubladen. Blei schwer. Okay, findest du immer noch was? Energy. Und hier ist ein Kuli. Kann man mal rein gucken? Komm mal rein. Okay. Okay. Da hat hier so ein kleines Lager aufgebaut. Bist du leider hoch oder was? Ich bin in den Kuli rein. So, weil hier ist noch ein Leiter, da kannst du hoch. Ich bin in den Kuli rein. Ich bin in den Kuli rein. Ich nehme mich da grad mal ab. Gott. 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 Ich finde den Kuli rein. Bin voll im Bunker. Ich hoffe das ist etwas sinnvolles. Du bist? Kuli. Nicht mehr. Ach Alter, du bist doch schon lange raus. Ne, passt schon eben nichts weiter. Der hat mir eben angezeigt 600 Meter. Ne, hier ist eine Leiter noch, die hoch geht. Ne, ne. Dingsbums. Hier. Wo war es? Was ist es? Hier. Glup, 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 glup. Da oben wird nichts stehen, denke ich. Ich geh mal da drüben rein, wo wir den Dampf abgestellt haben. Ein schwerer Hammer. Cool, und? Ja. Vorschlaghammer. Öh. Achso, den Bunker am Kap können wir wegstreichen. Das haben wir gefunden. Ich will aber das Auto nicht nehmen. Und du? Was haben wir jetzt das Ventil zugemacht? Ja, wenn du das jetzt wieder aufmachst, dann geht hier hinten das andere. Ist da ja Vorschlaghammer in der Kiste gewesen. Und? Kommst mit, oder? Hier ist der Gully. Hättest du ihn gefunden. Ja. Jo. Wir sind da bei dir noch da hinten in der Kiste, was drin liegt. Musst du mal hintergucken, wo wir gerade den Dampf abgestellt haben. War noch nichts. Na da hinten, gerade hinter, hinter dir. Da war bei mir ein Vorschlaghammer drin. Da ist gar nichts drin. Mist. Okay, äh. Den Typen im Bunker. Haben wir gefunden. Das ist ja so cool. Ja, 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 ja. Ich würde jetzt gerne mal wissen, ob wir den Zuschauern hier zu sehr geigeln. Ob wir jetzt wirklich streng nach Missionen spielen sollten. Oder ob wir, äh, ob wie wir spielen denen gefällt oder so ähnlich. Wie gefällt's? Warum ja? Das antwortet der Akenner. Oh, den Kopf, Alter. Was liegt denn hier rum? Kommt abgefallen. Hm. Hier. Messer. Schweres Messer. Schweres Tauschmesser. Oder so. Tauchmesser. Kommt mal eine Machete. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier hinlaufe. Ich laufe hier einfach. Ähm, wir laufen gerade, äh, Richtung Maprand. Mach's mal auf die Garte. Da ist ja liegt noch ein Schiff. Ich würde dann gleich nicht weitergehen, möchte ich mal an. Da geht's ja nicht weiter. Und hier hoch? Hier und dann geh. Hoch! Gehe und gehe und gehe und ich ersaufe. Sauf ab. Dann wird alles schummerig. Schummere jetzt direkt. Na gut, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ich würde sagen, das was dunkel ist, lassen wir auch noch erstmal noch dunkel, oder? Laufen wir jetzt hier nach rechts. Da werden wir auch nicht weiter können, denke ich mal. Doch, das ist ein Teil der Karte, den wir noch nicht entdeckt haben. Deswegen ist da dunkel. Ja, wir laufen gerade drauf zu, auf dieses, auf dieses, auf diese, was ist denn das, Hotelanlage, oder was ist denn das? Ähm. Das ist aber auch noch grau, ne? Ja, ich weiß schon. Cool, das ist ja nicht. Aber eine riesen Anlage. Das ist das sogar, was ist denn das? Na, wieder so ein Vieh, oder? Kannst das einfach nicht. cardboard Das ist ja nicht. Also, das dafür wäre egal, wenn da die Farben nicht entdeckt wurde, dann war das dann einfach nicht erken Thousand Fience.